Nachdem auf Twitter ein Video aufgetaucht ist, auf welchem Liverpool-Stimme Mohamed Salah beim Ausführen eines Eckballs rassistisch von West Ham-Anhängern beschimpft wurde, sucht die Polizei nun nach den Zuschauern, die den Ägypter beleidigten. Am vergangenen Montag trennten sich West Ham und der FC Liverpool im London-Stadium 1 zu 1. Nachdem das Video mit den beleidigenden Ausrufen veröffentlicht wurde, äußerten sich auch Verantwortliche von West Ham gegenüber Sky Sport. Die Hämmers teilten mit, dass Beleidigungen und rassistische Anfeindungen vom Verein und den Verantwortlichen nicht toleriert werden. Der Verein West Ham identifiziere sich mit Toleranz und Offenheit gegenüber allen Menschen und Gruppierungen. Man distanziere sich jedoch von jeglicher Art von Rassismus. Der Verein werde zudem gegen die Täter vorgehen und diese bestrafen. Sollten die Täter gefunden werden, werde der Verein West Ham ihnen Stadionverbote auf Lebenszeit aussprechen, denn so etwas dulde man im London-Stadium nicht. Unterdessen ist die Polizei damit beschäftigt, mithilfe des Videos die Zuschauer zu identifizieren. Bislang sei noch niemand festgenommen worden, so berichten die örtlichen Behörden. Zudem bittet die Polizei nun Zuschauer, die ein solches Verhalten im Stadion bemerken, dies sofort den Ordnern und Beamten vor Ort mitzuteilen, um die Chancen zu erhöhen, die Täter zu fassen und die Beleidigungen zu unterbinden. Der Nutzer, welcher das Video über Twitter teilte, zeigte sich in seinem Text zu dem Video geschockt von solchen Beleidigungen. Zudem ist auch er der Meinung, dass solche Personen im Stadion nichts zu suchen haben. Zudem bittet die Polizei Justiz Night mitzuteilo